hallo ist auf dem kanal und heute haben wir wieder mal den gast bilal mit dabei und heute packen wir booster aus von magic text 2019 2020 wisst ihr wieso ich sie bestellt habe weil mir fehlen nicht mehr viele und dann ist es mein erstes album was ich voll habe und leute willkommen zum thema rüber wer fußballkarten openings mag es kam auf unserem experiment mit experten raus abonniert ihn versteht wir haben mit 30 22 deswegen lassen wir die 30 abonnenten das schaffen wenn wir 15 likes bekommt dann kommt ein paar zwei nein sagen wir mal 12 und wir werden jetzt jeder bekommt sagen wir mal 6 booster ja und dann werden wir halt so ein kartenspiel machen ich werde euch mal mit zwei karten erklären also wir haben halt hier so ein stapel karten ja und dann sagt hier einer ich nehme abwehr dann muss der andere angriff nehmen und wenn er mehr hat mit den karten mit mir hin okay jeder passt jetzt sechs stück aus zeigt man noch mal hier rein okay bist du bereit jeder nimmt zwei stück raus und deswegen fangen wir an und wir machen seine strafe hier top über den kopf und schlagen okay macht in die kamera auf ich weiß nicht was mit diesem stativ ist erst du zuerst packen aus und dann packe ich auch ich hab die beste idee du packst du hast alle und dann ich okay so ich hab nochmal da da war ab aber aber er er ihm er Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Angriff 87 Angriff 79 Angriff 71 Abwehr 73 Angriff 74 Angriff 85 83 Abwehr Angriff 85 Angriff 87 Angriff 69 Abwehr Ich möchte nur gucken Ich kann es so oder so nicht gewinnen Hier Ich nehme Angriff Dann habe ich gewonnen Wenn ich Abwehr nehme, dann verliere ich Und ich nehme Angriff 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 Abwehr 88 75 Angriff Abwehr 76 Ich nehme Abwehr Ich nehme Abwehr Ich habe 83 Angriff Ich nehme Abwehr Ich nehme Abwehr 87 Angriff 83 Abwehr 93 Abwehr Angriff 74 Angriff Nein Ne Abwehr 73 85 Hast du die Kamera hier Ich nehme ich mal 52 Abwehr 87 Abwehr 87 Was hab ich so oder so hätte ich es 87 Egal Ich weiß, ich kann 80 Angriff, 83, 93, 85 Angriff, 85, 74 Angriff, 64, wie Junge den bekomme ich denn? Du hast 64, ich habe Abwehr, ich habe 69 Angriff, 88, 83 Angriff, 73 Angriff, 75 Angriff, ich nehme Abwehr. 69, nein, du musst ja nicht mehr zeigen, du bist ja dran, deswegen, ja, ja, nein, du musst ja zeigen, zeig, ich nehme 86, nee, nee, 41 Abwehr, 83 Angriff, 81 Abwehr, 81, du musst dich mehr zeigen, du darfst mir nicht mehr, 87 Angriff, 87 Angriff, 87 Angriff, 87 Angriff, Ja, die gleiche Karte, 75 Angriff, 75 Angriff, 73 Angriff, 73 Abwehr, hallo, ich habe gewonnen, 93 Abwehr, du hast gewonnen, 80 Angriff, 85 Angriff, Was, du hattest wieder die besseren Karten? Ich, also wie? Ich, ich gewinne immer in diesen Karten. Boah. Das. Ernsthaft? Du hattest so schlechte Karten und so gönig sein, so. Und, hallo, eine Festhalten war bei uns auch. Nein. Mach. Ey, ey, ey. Mach, ich halte es nicht. Du gehörst das nicht so schalt. Und das war's mit dem Video, wart auf den Kanal. Mr. Germann abonniert Experimente mit Experten, aber auch diesen Kanal. Und wenn ihr unter diesem Video 11 Likes kriegen, deswegen kommt Part 2 raus. Schön. Wir haben es vorhin gesagt. Okay, so. Und das war's mit dem Video, auf den Kanal. Mr. Germann, ciao.